Hallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ihr habt mir wieder einige Themen in die Kommentare geschrieben und ich werde versuchen sie so gut wie möglich zu beantworten bzw. darüber zu diskutieren. Das erste Thema kommt, warum ist mein Bildschirm ausgegangen vom Handy? Von dem Menjonim Gameplay, wie du auch heißen magst. Ich lese mir Menjon Gameplay, so heißt du und ich hab grad nicht auf den Bildschirm geguckt und direkt falle ich hier runter. Meine Güte. Was sagst du bei Hackern? fragt er mich. Ähm, Hacker sind mir eigentlich so ziemlich egal, weil ich kaum Spiele spiele, wo es viele Hacks gibt. Wobei, na GTA 5 Online, eher gibt es da viele Modder und ich mag die meisten Modder eigentlich, weil mir letztens ein Modder 9 Millionen gegeben hat. Jetzt muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Naja, eigentlich eher Banküberfälle machen, aber ja gut. Wie, es ist, wie soll ich das denn am besten sagen? Ja, die interessieren mich eigentlich nicht so, deswegen kann man nicht so viel dazu sagen. Haha, das war knapp. Und was sagst du bei Eltern, die Kinder schlagen? Das ist sowas, was ich persönlich, wenn ich nachher Kinder habe, nie machen würde. Also, sagst du bei Kindern, die ihre Eltern... ach so. Okay, umgekehrt. Ähm, Kinder, die ihre Eltern schlagen. Ja, im letzten Video hatten wir ja Thug Life Kinder. Als Thema und diese Thug Life Kinder, die machen das meistens. Also, ich glaube, das kennt man aus vielen Asi-Sendungen, wie zum Beispiel auf RTL, Familien im Brennpunkt, etc. Ich gucke mir die Serien eigentlich nicht gerne an, es sei denn, ich bin irgendwie zu Hause, hab schulfrei, beziehungsweise nicht schulfrei, bin krank oder so und bin deswegen zu Hause und weiß ich, was ich sonst machen soll. Liege im Bett und schaue Fernsehen. Dann maximal schaue ich mir sowas an und denke mir immer, warum läuft sowas im Fernsehen? Was ist aus dem Fernseher geworden? Wo ist das Niveau hin? Denkt man sich dann immer. Und das ist dann immer, äh, ähm, ich finde Kinder, die so etwas machen, sind verdammt respektlos. Denn ich meine, unsere Eltern sollten wir ganz toll lieb haben, in was sie so gesehen alles für uns getan haben. Denn ich meine, die haben uns ein Dach über den Kopf geschenkt, geben uns täglich Essen und allein schon dafür sollte man wirklich dankbar sein. Also, ich finde sowas richtig respektlos, wenn man sowas machen sollte. Also, es gab ja auch Fälle, wo welche Internetsucht, die es so gesehen haben, ja, ihre Eltern umgebracht haben, weil die Eltern im Endeffekt den WLAN-Router ausgemacht haben. Ja, verdammte Kacke. Ähm, als Eltern den WLAN-Router ausgemacht haben, dass dann Kinder das Messer gezogen haben und die Eltern erstochen haben. Das finde ich extrem brutal und unnötig und unnötigerweise finde ich es auch, dass wir 9er geworden sind. Ah, minus 14, das tut weh. Das nächste Thema vom Mensch im Gameplay wäre, falls du dich mit dem Thema Deep Rap auseinandergesetzt, falls du, okay, hast, was hältst du davon? Ähm, auseinandergesetzt habe ich mich, ähm, aber richtig auseinandergesetzt habe ich mich erst, nachdem LeFloid das Spiel Sad Satan vorgestellt hat, das Spiel aus dem Deep Rap. Ich finde, das Spiel, das hat nichts mehr mit einem Spiel zu tun, das ist einfach nur krank, was mit dem Spiel gemacht wurde. Ich will nicht auf das Spiel weiter eingehen, denn ich weiß ja nicht, in welchem Alter ihr so zuschaut, denn ich persönlich fand das schon schockierend und ich sehe eigentlich, beziehungsweise ich habe schon härtere, verdammt! Ich habe eigentlich schon härtere Nerven und... Also, ich habe schon härtere Nerven, aber das Spiel, das hat mich wirklich nur mal zum Nachdenken gebracht. In was für einer kranken Welt wir doch so gesehen leben, nicht krank, aber es gibt Seiten, die wirklich krank sind, also das Deep Rap im Allgemeinen ist die Vorstufe. Das Deep Rap ist eigentlich, äh, Internet, was die NASA benutzt, ähm, um ein paar Daten auszutauschen, aber dann gibt es nochmal das Darknet, die dunkle Seite des Internets. Ich finde, die dunkle Seite ist ein guter Name dafür, denn was da vor sich geht, das ist... Alter, das gibt es doch gar nicht, was ist denn los? Oh, ja, Mama, oh, habe ich die Kurve nicht bekommen, äh, äh, es geht mir auf die Eier, also, ähm, das Darknet, das ist wirklich krank, ich kann es nur so sagen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich fand es total schockierend, allein schon, als ich ein paar Bilder gesehen habe, das ist mehr, mehr als krank und... Ich sag's mal so, Menschenhandel ist da noch etwas völlig Normales, beziehungsweise Harmloses und wenn Menschenhandel da etwas Harmloses ist, dann könnt ihr euch vorstellen, was wohl die härteren Dinge werden, das ist echt krank und ich will einfach nicht weiter auf das Thema eingehen. Also, wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch selber informieren, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, äh, was für ein Alter hier welche zuschauen und deswegen will ich nicht weiter darauf eingehen. Ähm, das nächste Thema von ihm wäre, habe ich schon mal... Das kann doch einfach nicht wahr sein! Weißt du, jedes Mal, andere bekommen gar nichts ab und ich bekomme einfach mal hunderttausend Redshells in den Popo gepumpt. Das ist nicht nett, das Spiel. Überhaupt nicht nett. Das nächste Thema von ihm ist, habe ich schon mal Briefe oder so nach Hause bekommen von der Schule, als ich Scheiße gebaut habe? Eigentlich nicht, ich bin eher so der Ruhigere, wenn man mir das auch nicht glauben mag, aber... In der Schule bin ich der Ruhigere, ich höre gerne lieber zu, als irgendwie Scheiße zu bauen. Scheiße bauen tue ich auf der Klassenfahrt, die morgen ist. Wobei ich das eigentlich sein lassen sollte, denn wenn man erwischt wird, wie man irgendwie Scheiße baut oder sowas, können uns die Eltern aus London abholen. Und ich glaube, meine Eltern wären nicht so begeistert, wenn die mich aus England abholen müssten. Und ja, deswegen probiere ich es erst gar nicht. Aber ich muss gestehen, damals in der dritten Klasse hatten wir ein Diktat geschrieben und ich habe einfach mal eiskalt eine 6 geschrieben. Da habe ich den ersten blauen Brief bekommen und das war auch der letzte. Seitdem habe ich keinen blauen Brief mehr bekommen, aber das war eine unangenehme Situation. Mein Vater hat den Brief gesehen und eigentlich ihn direkt zerknüllt und in den Müll geschmissen. Mein Vater geht ehrlich gesagt ein bisschen chilliger damit um, also ihm ist das eigentlich relativ egal. Aber hätte meine Mutter das erfahren, hätte ich wohl 5 Monate lang Hausarrest oder sowas in der Art bekommen und hätte nie wieder eine Konsole anfassen dürfen. Aber sie hat nichts davon erfahren und ich bin gerade allein zu Hause, deswegen kann ich so oft darüber reden. Denn sonst hört meine Mutter alles, was irgendwie ein bisschen gruselig ist. Ist aber auf jeden Fall, ist egal, ähm, ja. Das nächste Thema von Fabian Steingleitnerv. Ich kann deinen Namen gerade nicht richtig sagen, beziehungsweise ich kann den Namen gerade nicht lesen, weil mein Handybildschirm ausgegangen ist und ich die Kurve nicht verkacken will und ich will nicht nur Minuspunkte hier in dem Spiel bekommen. Er hat mich gefragt, ob ich trinke. Ähm, das ist jetzt so ein Thema, wo ich nicht weiß, wie ich richtig anfangen soll. Und zwar, ähm, ja. Man weiß, Alkohol ist zwar ab 18, aber ich muss sagen... Nein! Oh, das ist kacke! Jedes Mal die gleiche Scheiße hier mit den Wetschels. Kann nicht sein, dass ich so auf welche abbekomme. Auf jeden Fall, ähm, wir wissen alle, Alkohol ist ab 18 und, ähm, ja. Also ich finde persönlich, wenn man reif genug damit umgeht und weiß, wann Schluss ist, dann kann man auch unter 18 Mal Alkohol trinken, was bei mir der Fall ist. Aber wenn dies nicht der Fall ist, dann würde ich persönlich es sein lassen. Okay, das haben wir noch gut angestellt. So, Vieter sind viel. Wir müssen mal Vieter werden und Pluspunkte bekommen. Auf jeden Fall, ähm, gelegentlich. Momentan eher selten, weil ich mich eher so, weiß ich nicht, nach, nach einer Feier bin ich halt immer total müde und so. Und dann kann ich mich einen Tag lang nicht so auf YouTube konzentrieren und das ist für mich ein verlorener Tag. Und deswegen mag ich es momentan nicht so gerne. Also, manchmal nicht oft, nicht falsch verstehen. Also, ich bin nicht so ein Vergleich-Kind, was dann so jedes Wochenende so, Party abmacht, YOLO, Leben genießen und so, ne. So was eher nicht. Also, das mag ich auch eher gar nicht. Also, ja. Wie gesagt, ich bin da eher der ruhigere Typ. Komm, Erster, nein, ihr habt die Kurve verschissen. Komm, 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 komm. Bam, Junge, Erster geworden. So, das nächste Thema wäre, beziehungsweise Frage, werde ich mal Final Fantasy oder andere Rollenspiele jetzt spielen? Nope. Tut mir wirklich leid, wenn das dein Wunsch ist, Jonathan. Aber ich werde das nicht tun, denn Kanalprinzip ist Horror-Nintendo. Und ich will mich auch dran halten und nichts anderes spielen. Es wird vielleicht mal eine Ausnahme geben bei irgendeinem Spiel, was ich unbedingt spielen will, aber sonst eigentlich nicht. Ich könnte sowas mal streamen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von Final Fantasy. Angucken tue ich es mir. Ja, ich habe mir vielleicht ein, zwei Displays angeguckt, aber ich bin wirklich nicht der Fan von Rollenspielen. Ich glaube auch, sowas wie The Witcher ist ein geiles Spiel, aber ich mag es nicht. Das ist nicht mein Fall, also das Spiel ist wahrscheinlich geil, kann ich nicht beurteilen. Ich gucke es mir nicht so gerne an und ich mag es auch nicht, aber ja gut. Und wenn ich sage, ich mag ein Spiel nicht, interpretieren manche so, was du sagst, das Spiel ist scheiße, habe ich nie behauptet. Ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich es nicht selber gespielt habe und ich habe auch gar keine Ahnung von Rollenspielen, weil ich solche Spiele eigentlich nicht so gut wie nie spiele. Also, yay. So, Maik hatte noch einen Themenvorschlag. Mag ich Fußball? Das ist eine Frage, wo ich Ja sagen kann. Spielen tue ich es nicht. Habe ich mal gespielt damals für, ich glaube ein Jahr insgesamt und dann hat mir einfach die Lust gefehlt. Ich glaube, da war ich acht oder so. Auf jeden Fall Ewigkeiten her. Aber ich spiele keins mehr, ob ich gut im Fußball bin, könnte man mich noch fragen. Ich glaube, eine Mischung von Mittel bis Schlecht bin ich sowas in der Mitte. Also ich bin kein Mittelmäßiger und kein Schlechter, ich bin sowas in der Mitte, so ein Fußballspieler. Im Übrigen bin ich auch Leverkusen-Fan. Hoffentlich habe ich nicht hier ein paar abgeschreckt, als ich gesagt habe, ich bin Leverkusen-Fan. Aber normalerweise dürfte es euch nicht stören, glaube ich zumindest. Denn Leverkusen ist nicht so ein Hassverein wie andere Mannschaften. Aber ich will jetzt keine Namen nennen. Ich will keine Namen nennen. Ähm, im Übrigen hat er mich ja auch gefragt, mein Lieblingsspiel? Das ist eine verdammt gute Frage. Da ich Nintendo Horror mache, werde ich mal Nintendo-mäßig und Horror-mäßig meine Lieblingsspiele raushauen. Ähm, Nintendo-mäßig ist das eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, Animal Crossing ist so ziemlich das Lieblingsspiel, was ich hart gesuchtet habe in den letzten Jahren. Deswegen würde ich sagen, das ist mein Lieblingsspiel. Ähm, ob ich in Animal Crossing-Netzplay irgendwann anfangen werde, ist eine gute Frage. Denn für 3DS-Aufnahmen braucht man eine 3DS-Game-Capture-Karte. Und meine Eltern sind nicht mehr gut drauf zu sprechen, wenn ich mir was Neues für YouTube kaufe. Also, wird vielleicht nächstes Jahr kommen, Animal Crossing Happy Home Designer. Vielleicht wird das als Let's Play kommen. Mal sehen, mal sehen. Je nachdem, auch wie ich Geld habe. Aber ich bin ja im Dezember, werde ich 16. Und dann kann ich ja auch mit 16, ähm, sowas wie Regale einräumen machen. Und dann verdiene ich 400 Euro im Monat circa. Oder weniger. Und dann ist das eigentlich relativ geil, weil ich mir dann sowas auch mal alleine kaufen könnte. Und wenn man als 16-Jähriger 400 Euro im Monat hat, das ist schon eigentlich eine Menge. Quix hatte mich gefragt, wie stehen deine Klassenkameraden dazu, dass ich YouTube mache? Ähm, damals in Play-Gead-On-Zeiten, also noch alter Kanal. Ja, da waren die nicht so gut drauf zu sprechen. Aber inzwischen hat sich das eigentlich verändert. Und die sind eigentlich schon relativ gut drauf zu sprechen. Machen nicht mehr so viele Witze drüber, so gesehen. Aber selbst wenn da mal ein Witz kommt oder so, ich gehe da nicht drauf ein. Kommt ein Boomerang nach hinten. Oh, verdammte Mongo-Kacke. Bäh. Aber sonst hat sich es eigentlich gebessert im Vergleich zu damals. Also sie sind froh, dass ich keinen COC mehr mache, weil die das nicht so mochten. Und das kann ich inzwischen auch verstehen, weil das so gesehen eigentlich immer dasselbe ist. Ich habe nichts gegen das Spiel. Es war mir so gesehen einfach nur noch kein Spaß mehr. So, die nächste Frage vom Ario-Koschi-Wall. Okay, ich habe die Kurve verschissen, weil ich auf mein Handy gucken musste für die Frage. Ähm, welchen Job würdest du gerne als Erwachsener nehmen? Seit der 6. Klasse ist mein persönlicher Wunsch, nachher bei der Sparkasse zu arbeiten. Also Bankkaufmann würde ich sehr gerne werden. Also ich werde nach der 10. Klasse auch aufs Wirtschaftsgymnasium gehen. Also Fachabi, weil das Wirtschaftsgymnasium eine gute Grundlage ist, um nachher bei der Sparkasse anzufangen, um allgemein Bankkaufsmann zu werden. Und deswegen freut mich eigentlich schon, wenn ich dann mit 18, hoffen wir es. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich dann eine Ausbildung bekomme. Soll nicht angeberisch klingen, aber hoffen wir es, dass ich dann eine Ausbildung bekomme. Die nächste Frage von ihm ist, würde ich mir ein neues Pokémon-Spiel wünschen? Sehr gerne sogar. Also, ähm, die Spiele kamen, die letzten zwei kamen immer an einem Freitag raus. Dann habe ich es am Freitag gesuchtet und hatte es Sonntagabend durch. Das waren immer schöne Wochenende, Enden. Vor allem das Geilste war ja auch noch dran, ähm, das war immer so im Herbst, Ende Herbst. So Ende Oktober ist ja Ende Herbst, so Halloween-mäßig. Und dann ist das immer, finde ich, die geilste Atmosphäre, um solche Spiele zu spielen. Muss ich so zugeben. Die nächste Frage, ah, warum geht immer mein Handybildschirm aus? Ich muss es mal ausstellen für die Folgen. Oder ich nehme mal, ähm, den Ton, die Fragen separat auf und das Bild separat. Und dann habe ich keine Probleme mehr. Aber dann raste ich nicht mehr aus. Ähm, was hältst du von Kindesmisshandlung? Das ist blöd. Das finde ich wirklich blöd, also. In der Kindesmisshandlung kann man ja auch, ähm, nicht nur Vergewaltigungen stecken, sondern auch, ähm, ja, dass man die Kinder arbeiten lässt. Und das ist wirklich blöde, finde ich. Denn Kinderarbeit ist blöde. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ich finde, die Kindheit sollte man genießen und nicht sowas in Arbeit stecken oder auch irgendwie vergewaltigt werden. Denn ich habe wirklich paar Fälle gelesen, wo dann Zwölfjährige schwanger wurden. Aber nicht, weil die Thack-Life-Kinder sind, sondern weil es vom Gewaltiger persönlich kam. Und, ja, es ist traurig, eher gesagt. Es ist wirklich traurig. Und ich will auch nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Heute sind beinahe nur traurige Themen. Da, das ist nicht gut. Jetzt müssen fröhliche Themen reinkommen. Yay. Great. Äh, äh, äh. Äh, nächstes Thema. Äh, bist du Fleischesser, Vegetarier oder Veganer? Äh, Fleischesser. Äh, Fleischesser auf jeden Fall. Ähm, ein Tag ohne Fleisch ist für mich ein verlorener Tag. Also, ich bin ein totaler Fleischesser und ich kann auch nicht ohne, muss ich so zugeben. Es gibt viele, die sagen, yo, ich könnte auch locker ohne Fleisch leben, aber ich nicht. Ich brauche das einfach. Ich brauche den Stoff. Denn ohne Fleisch wäre es für mich kein Leben. Also, Steaks und so, boah, geil. Äh, ich kriege direkt wieder Hunger. Wechsel mir am besten das Thema. Ähm, ich hoffe, ich komme ins nächste Mal eine Kartetsplay. Aber sicher doch, bist du ja reingekommen. Ah, zurück. Habe ich den Red Shell kaputt gemacht? Gutes Video, sagte Amadou Keita. Finde ich dumm dämlich. Boah, es sind wieder viele Themen heute in der Folge. Freut mich auf jeden Fall. Wird eine XXXL-Folge. XXXL. Okay, ich bin zu sehr im Frag. 2020-20-20-Mode. Wort drinne von FNAF. Ähm, XXL. Boah, jetzt habe ich die Frage schon vergessen. So verwirrt bin ich gerade. Moment, ich muss die Kurve nehmen und dann auf den Bildschirm gucken. Äh, ich verscheiße die Kurve sowieso wahrscheinlich. Ah, das wird eine XXL-Folge. Genau das wollte ich sagen. Das war keine Frage. Ich wollte es. Ähm, erste Frage von EasyXXL. Was hältst du von Cheaten im Spielen? Ich persönlich halte nicht viel von. Habe ich aber selber getan, um mir einige Vorteile zu erschaffen. Wie zum Beispiel in Sims. Ich hatte keinen Bock mehr, so lange das Geld zu erarbeiten. Weil meine Sims ja irgendwann sterben. Und die sollen das Leben genießen mit Geld und so. Und dann, bleh. Aber sonst finde ich, äh, Cheaten spielen blöd. Weil ja der ganze Spielspaß im Endeffekt weggeht. Aber was hältst du von Pokémon-Mythen? Habe ich schon in der letzten Folge halb beantwortet. Also Spielemythen finde ich eigentlich relativ geil. Ah, wieso geht denn mein Handybildschirm immer aus? Das ist doch kacke. Normalerweise, wenn ich nichts mache, ist es 6000 Jahre lang an. Aber wenn ich mal es brauche, dann ist nichts dran. Was passiert deiner Meinung nach nach dem Tod? Ähm, ich glaube persönlich an das Leben nach dem Tod. Ja, einige von euch vielleicht nicht. Aber, ähm, also ich mach's so. Ich mach's wie mein früherer Religionslehrer in der 6. Klasse. Er hat an den Urknall und an Gott geglaubt. Ungefähr so mach ich's auch. Ist immer so eine gute Richtlinie, die ich da habe. Ich bin katholisch und dann, ja, wisst ihr. Ah, es sind so viele Themen. Und ich bin voll gegen die Wand gefahren, ich preißen. Ja, ich weiß, wie ich's in der nächsten Folge mache, wenn wieder so viele Themen da sind. Ich werd die Themen einzeln aufnehmen und mich da nicht. Hartgold ist das beste Spiel, sagt Alt-Share, Pokémon-Spiel. Finde ich auch persönlich. Die Nachfüllung des Getränks wurde abgeschafft, weil ein Obdachloser die ganze Zeit das Getränk nachgefüllt hat. Ich bin in den Tod gestürzt. Oh, ich bin so schlecht, ey, weil ich auf die Frage geguckt habe. Ah, ah, ah. Ja, ich hab ja in den letzten Folge angesprochen, dass, ähm, ja, damals man immer... Ähm, bei uns im Mac ist das Getränk nachfüllen konnte und er hat geschrieben, dass wir wohl ein Obdachloser waren. Und ich hab geschrieben, dass ich es wohl wahrscheinlich war, weil ich ja Obdachlos bin. Ähm, Themen von ihm kommen gleich. Okay, ich suche mal die Themen raus. So, ich versuche mal jetzt die Themen schnell wie möglich rauszuhauen, denn die Folge ist schon viel zu lang. Auf jeden Fall, ähm, YouTube vs. Fernsehen. Ich bin für YouTube, weil man da entscheiden kann, was man schaut. Natürlich kann man im Fernsehen auch entscheiden, was man schaut, aber ich hab das Gefühl, dass die Kanäle sich inzwischen absprechen, was die machen. Denn beinahe überall läuft der gleiche Bullshit. Äh, der Nintendo Shooters, Blattun, was hältst du davon? Wirst du es jetzt playen? Hast du es? Ich habe es noch nicht, aber noch nicht. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen. Let's playen? Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht irgendwann, wenn es gewollt wird. Ich finde das Spiel mega geil und, joa, oder man könnte es auch streamen. Aber ich habe so viel Streammaterial momentan, also da ist noch einiges drin. Ähm, was hältst du von Geldgeile-Youtuber wie zum Beispiel PlayGeadon? Ja, PlayGeadon war meiner Meinung nach voller Geldgeile-Youtuber. Ich meine, ich meine vor allem. Ich meine, schaut ihn euch an, den spaßsten. Okay, Themenwechsel. Ähm, zukünftige Projekte. Cry of Fear, ähm, Monstrum, ähm, Pokémon, Luigi's Mansion, Pineview Drive. Das sind Projekte, die ich schon immer mal starten wollte. Die auch irgendwann dieses Jahr durchgesetzt werden. Ähm, Easter Eggs. Welche kennst du? Ich kenne nicht viele, also momentan... Boah, momentan fällt mir sogar gar keins ein. Ich finde Easter Eggs immer geil, wenn man nie ein Spiel einbaut. Das ist immer so. Schneeke. Ähm, Just Perfect hat mich gefragt. Werde ich, ähm, Pokémon Alpha oder Saphir, let's playen? Oder... Ach, würdest du eher Pokémon Alpha oder Saphir, let's playen? Momentan sogar gar keins von beidem. Weil mir einfach die 3DS Game Capture Card fehlt, die ich momentan nicht habe. Und dann kann man das leider schlecht let's playen. Ich würde es aber auf jeden Fall explainen, wenn ich irgendwann eine 3DS Capture Card habe. Aber ich würde mich eher für, äh, Omega Rubin entscheiden. Warte mal, was habe ich vorhin gesagt? Nicht Omega Rubin, ne? Oh Gott. Ich würde mich für Omega Rubin entscheiden, weil ich Growlton viel geiler finde. Und ich finde auch, er ist viel stärker als die anderen. Also wenn man sich allein schon die Fähigkeit von ihm anschaut, wenn er diese Omega-Form da hat. Er kann nicht von Wasserattacken angegriffen werden und er ist ein Feuer-Pokémon. Wie OP ist das denn? Das ist mehr als OP. Jo, das wären dann alle Fragen gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch befriedigen, indem ich euch, äh, indem ich alle Themen reingenommen habe. Ich hoffe, es freut euch. Das war eine xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Folge. Jo, falls ihr Themen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Themen in der nächsten Folge beantworten kann. Und wenn dies der Fall ist, bitte seid mir nicht böse. Aber ihr habt gesehen, wie viele Themen es waren. Und es ist verdammt viel gewesen, also. Aber ich bin froh, dass ich inzwischen so eine Community habe, die sich so sehr für Mario Kart interessiert. Und die ihre Themen in den Folgen sehen wollen Dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge Mario Kart Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich nicht in den Kommentaren wissen Eure Themen in die Kommentare, würde mich auch sehr freuen Und ich sehe dich in der nächsten Folge Bye, bye